Musik Wir sind wirklich begeistert, nicht nur von der Zahl der Einreichungen, die uns erreicht haben, sondern auch von der Qualität der Innovationen, die die Industrie hier zur Abstimmung gestellt hat. Und natürlich auch von der Zahl der Nutzer, die abgestimmt haben. Mehr als 20.000 Stimmen sind zusammengekommen. Und jetzt können wir wirklich sagen, wir zeichnen hier die besten Innovationen der Industrie aus. Ich bin froh, mit meinen beiden Medienmarken Laborpraxis und DeviceMed Teil des Best of Industry Awards zu sein. Denn mit den beiden Branchen Labor- und Analysentechnik und Medizintechnik decken wir wichtige Industrien in Deutschland ab. Ja, das war unsere BOE Award Verleihung. Ein toller Abend. Es hat Riesenspaß gemacht. Vor allem auch wieder in Präsenz, in glückliche Gewinnergesichter schauen. Wir haben tolle Innovationen kennengelernt. Die zeigen Deutschland, die deutschen Unternehmen, unsere Industrie braucht sich nicht verstecken. Die Innovationsstärke ist toll. Ich fand es klasse. Gratulation nochmal an alle. Für mich haben alle heute gewonnen. Und jetzt steigt die Party. Jetzt geht das Networking erst richtig los. Spaß haben und feiern.